Wuff, wuff! Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von The Legend of Zelda. Äh, Twilight Princess HD, meine Freunde. Heute sind wir in unserer Wolfsform zurück in, äh, Ondal. Und, und, was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Hey, da ist mit mir in der Schattenform. Hehehehe, dachte ich wäre weg? Aber jetzt muss ich dir noch sagen, es bringt nichts, wenn du hier versuchst, den Helden zu spielen. Das Gebiet jenseits der Brücke ist bereits von Schatten überzogen. Und dort kommst du nur hinein, wenn dein Wesen der Finstern dich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um die Schatten zu betreten. Wenn du deinen Freunden also helfen willst, dann tust du besser, was ich dir sage. Verstanden? Ob wir Erfolg also in den ganzen oder allein davon haben, ob du auch brav bist. Und, denk nicht, dass ein paar nette Worte ausreicht, mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, der zu mir passt. Du weißt doch, was das heißt. Hehehehe. Was willst du tun? Während wir reden, breiten sich die Schatten weiter aus. Also los, wir haben wirklich keine Zeit. Okay, wo kriegen wir die beiden Dinger her? Ich mein, an das Schild können wir uns auf jeden Fall noch erinnern, Leute. Und, hey, ein Gegner. Den machen wir ja zuerst mal hier fertig, um zu gucken, was unsere Wolfsangriffen können. Und, uh, als Wolf haben wir ja schon eine echt gute Power, muss ich gestehen, ne? Ich brauche wieder mein Gespür hier, das ist auch nicht schlecht. Das Gespür finde ich richtig gut, das erinnert mich irgendwie so an diese Nachtsichtgeräte in diversen Spielen. Was da? Ordon, genau, das war der Ort, dessen Name mir nicht einfiel. Bam. Schön von hinten angreifen, zack. Und das war eine Combo-Wombo, ja? Bist du weg? Ne, du bist noch nicht weg. Ah, jetzt aber, ne, jetzt aber, jetzt aber auf jeden Fall. So, also Wolfsangriffen kommen wir jetzt hier nicht hoch. Aber ihr erinnert euch hundertprozentig noch, wo es das Schild gab, oder? Warte! Ja? Ach, das Eichhörnchen. Diesen Fiestling hast du ganz schön so ausgegeben, bravo! Diese Typen haben den ganzen Wald verwüstet und das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorfraum sie entführt. Aber du bist einer von den Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du genauso wie die Bäume von Ordon. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander, du bist also nicht allein. Ja, stimmt, in unserer Wolfsangriffen können wir jetzt nämlich auch mit Tieren reden. Und von denen können wir uns natürlich auch noch ein paar sinnvolle Tipps abholen. So, was geht jetzt hier nochmal ab? Im Dorf. Uh, wo ist das? Oh nein, was für ein Elend! Ach Kinder, wo seid ihr nur? Ach, das ist der Papa von den Kids. Vergebt eurem Vater an diesem törichten Taugenichts. Ja, nicht traurig sein, bro, nicht traurig sein. So, was ist das mit dem? Ja, da hoch kommen wir nicht. Da ist der Präsident. Ich glaube, einem Wolf sind die alle nicht gerade nett gesinnt. Das bedeutet für uns also was? Ich kann schwimmen, ne? Ich kann schwimmen, stimmt. Ich darf nicht vergessen, dass ich schwimmen kann. Äh, ich muss mich hier auf jeden Fall erstmal umgucken. Sind das Tiere? Das ist ein Frosch. Kann ich mit dem reden? Ah! Ja, die Kinder haben wir früher auch gespielt. Wir werden so Sachen im Boden vergraben und so. Wir nehmen das will von Hips und Gräbs, sonst vielleicht doch irgendwas, was du brauchen kannst. Echt? Ist das einfach irgendwo graben? Ich glaube, irgendwo graben ist nicht so der Burner, aber ich könnte da auf jeden Fall auch schon nachhalten. Aber ich kann jetzt ja nicht hier reden, wie ähnlich das denn? Ey, Huhn! Ah, na du! Ein Wolf in einer Vollmondnacht, wie romantisch! Was bewegt sich jetzt in dieser Erscheinung? Jemand, der zur Zeit im Dorf ist? Da kommt man schon ins Gräben, oder? Du gefällst mir! Deine Augen verraten ein scharfes Gespür. Das Feld ist weich und flauschig. So muss ein Wolf sein! Oh, okay. Ah, ich verstehe. Hier kann ich dann also jetzt wühlen. Gespür sei Dank, sage ich dann nur, ne? Also ich kann jetzt mit dem Gespür exakt herausfinden, wo ich graben muss. Das ist echt episch. Ich finde jetzt hier... Oh, das sieht mir auf jeden Fall noch was. Oh, ich komme jetzt ins Haus rein, oder was? Ist das nicht dangerous? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so nett aus. Ist hier jemand drin? Ne, ist keiner drin. Doch. Ne, ist keiner drin. Was verrät mir denn mein Gespür hier in der Situation? Das ist mir ja wieder ein bisschen Krankenwagen-Action bei Riege-Le-Beng los ist. Ich weiß. Ich kann hier aber nicht wühlen, ne? Ne, das Wühlen hier bringt mir absolut nichts, was schade ist. Das heißt, ich muss mich hier wieder rausbegeben. Ich habe überlegt, ob ich hier vielleicht noch was anderes machen kann, aber ich glaube nicht. Aber ich komme hier in die Häuser rein, indem ich als Wolf einfach wühle. Das müssen wir uns merken. Okay. Was gibt es? Auf der anderen Seite? Ne, auf der anderen Seite nicht. Ich muss mich hier in dem Dorf jetzt erstmal ein bisschen umschauen, ja. Umschauen ist immer gut. Ich könnte jetzt auch mit den Tieren sprechen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, da hoch muss ich nicht. Das wüsste ich jedenfalls. Ich brauche jetzt erstmal ein Schild und ein Schwert. Hat Mitten da gesagt, ne? Wo das Schild ist, wissen wir. Das haben wir jetzt in der einen Familie. Bei der Mama von Toro. Ich muss halt nur aufpassen, dass mich, glaube ich, der Typ da nicht beobachtet. Ich glaube, wenn der uns sieht, gibt es Ärger, oder? Ach, du, mein Zehnschild. Pst, du bist wie zu laut. Guck, die reden jetzt gerade darüber. Ich kann jetzt mein Gespür aktivieren und lauschen. Ah, okay, okay. Ich komme, um dieses Ding zu holen, weiß schon. Ach, das Schild. Kann ich auch weiterlaufen? Ich kann auch dieses... Ah, okay, okay, warte. Warte, 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 ich habe eine Idee. Also, ich glaube, es war so, dass die beiden uns nicht sehen dürfen, weil ansonsten gibt es Ärger. Ja, dann scheuchen wir uns, glaube ich, aus dem Dorf raus. Das heißt, wir müssen jetzt den Umweg gehen. Ich schwimme jetzt einfach erstmal so ganz chillig hier auf die Seite rüber. Ich bin jetzt auch, glaube ich, näher dran und kann denen auch besser zuhören. Oder? Ich bin jetzt irgendwie da aufs Dach. Warte, ich gehe jetzt nochmal hier näher ran und... Oh, ein Monster, nicht sie weg! Jetzt laufen die erstmal weg. Das ist blöd. Was ist mit dem Mund? Ah, du hast versucht, den Menschen zuzuhören, oder? Oh, du hast etwas verstanden. Unglaublich. Ich versuche auch mal mit Hilfe von Art zu lauschen, aber ich will dir kein einziges Wort. Wenn du dich anschleichst und zuhörst, ich warte, du kannst interessante Dinge erfahren. Hm, okay. Also, äh... Muss ich mich jetzt hier nicht sogar dran halten? Warte auch nicht was? Ah, ich bin verwirrt. Ich bin gerade echt verwirrt. Wie das nochmal funktioniert. Ich muss... Ich kann ja als Wolf nicht Leitern hoch, ne? Kann ich da irgendwie hoch? Spurt? Ne, das ist nicht ganz richtig. Ich kann hier Dinge ausgraben. Die Frage ist, ob das ist das? Oh! Ah, das ist ein Herz. Ich glaube, das ist ein roter Rubin. Hahaha! Ich habe gerade komplett eskaliert. So, oah, was ist das? Roter Rubin! Okay. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Ich bin gerade echt am rumrätseln, was ich tun könnte. Wo es das Schild gibt, weiß ich. In dem Haus. Das Ding ist nur, wie komme ich in das Haus rein? Ich glaube, auch vom Dach aus. Muss ich vielleicht irgendwas auf der Weide machen? Ich begebe mich auch nochmal zur Weide. Wie gesagt, Leute. Ich habe das Spiel ein einziges Mal gespielt. Das war's. Und seitdem, äh, habe ich keine Ahnung mehr. Die Weide ist, glaube ich, tabu. Rest in Paparonis. Ich brauche mal ein Schild und mein Schwert. Verdammte Scheiße nochmal! Sonst komme ich hier nicht raus. Ah, okay, okay. Hm. Was ist denn? Wenn ich versuche, hier irgendwie hochzugehen. Das klappt nicht, ne? Ich könnte aber den Typen dort oben zuhören, glaube ich. Was ist denn? Oder? Irgendwie da hoch. Seht ihr da oben? Da ist dieses Ding da auf. Frage ist nur, wie komme ich da hoch? War das nicht so, dass ich von hier aus da hoch komme? Dass ich mich hier irgendwie festhalten muss. Da war auf jeden Fall irgendwas. Ich habe wieder irgendwas im Kopf. Oder komme ich hier so ins Haus rein? Was? Was war da? Welches lauschen? Puh. Ich glaube, wir haben das Monster abgeschüttelt. Jetzt aber schnell, bevor es wieder auftaucht. Moosgeheim und bringe den Schild dort und gehe zu Moos und hole unser Geschenk. Das Schwert. Ich sollte so schnell wie möglich an Moos Stelle nach den Kindern suchen. Also gut, Bro. Ich bin gleich wieder da. Okay, jetzt haben die uns erwischt. Okay. Jetzt weiß ich zumindest, wo das Schild ist. Und was sie vorhaben. Ich glaube, das war das Ziel. Ich muss einfach nur lauschen. Ja, wenn das mal nicht interessant ist. Hey, hey, hey. Was für eine Passe von Schwachköpfen. Also. Ja, also was? Ich muss da mit dem Rad hoch, ne? Welchen Weg sollen wir nehmen? Ich würde sagen, mit dem Ding da hoch, oder? Das klingt doch ganz gut. Zumindest weiß ich. Ja, das war, glaube ich, das Ziel. Ich muss das erst mal triggern. Ein Monster! Wollte ich mir schon wieder unser Dorf überfallen. Gib unsere Tochter zurück. Hier, nehm das. Oh shit. Oh oh. Okay, ich glaube, ich muss jetzt erst mal weg. Was sagt die Katze? Hier kommt es mir angelaufen. Sag mal, bist du doch von den Falken angriffen worden? Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat. Das ist das Herrchen von meinem Frauchen. Vielleicht kannst du dich von ihm hinten anschleichen und ihn so erschrecken. Das geht. Ah, mit Wittner. Okay. Wait, Wittner? Sag mal, du willst doch nicht von diesem Typen fertig gemacht werden, oder? Dann hätte ich gefälligsten Bewegungen. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss irgendwie hier hoch, ne? Ja, was ist denn jetzt noch? Du bist ganz hier kein böser Woll. Schließlich riechst du genauso wie Regie und der ist einer von den Guten. Entschuldige, der Mann, der den Falken rufen hat, das... Okay. Ich soll mich von hinten anschleichen. Okay, das kriege ich geregelt. Ich muss aber irgendwie erst mal da hoch, ne? Aufs Dach. Ich denke jetzt noch, wie komme ich da hoch? Ich komme da aufs Dach hoch. That's the question, ne? That's the... The golden question. Okay. Jetzt schreibe ich erst mal wieder der Falken, das ist scheiße. Was soll ich von hinten anschleichen? Ja. Wenn das so einfach ist, dann... Wo komme ich denn da hoch? So, gespür. Komm ich da irgendwie rein? Ah, deswegen... Alter, der Anfangsseil, Leute. Der macht mich gerade fertig. Der macht mich komplett fertig. Ich muss den von hinten erschrecken. Ja, schön und gut. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Die ganze Zeit kommt auch die ganze Zeit her, ne? Ja. Also gut, von hier aus fötterst du am besten aus Dach und überrascht den Alten. Von oben auf die Wäldchen absehen, der wird sich noch wundern, was er davon hat. Ja, wie komme ich denn da hoch? Ach so, ja, vielen, vielen Dank, mit Dach. Danke, ich wusste, dass ich so etwas in der Art machen muss. Und jetzt muss ich einfach nur erschrecken, ne? Ja, auch rein. Das fährt ja eigentlich so einfach so zu erschrecken. So, und jetzt geht es erst mal wieder da hoch. Und bam, bam, und jetzt ist noch ein Dach. So einfach kann es gehen, Leute, so einfach kann es gehen. Und ich, ich musste erst mal drei Millionen Dinge triggern. Okay, wie war das jetzt? Das Schild ist da oben. Ja? Also, wo ist das Schild denn jetzt noch? Ja, da oben. Ich sehe es doch. Ah, ich muss also hier hoch. Hier ist keiner drin, ne? Nee, hier ist keiner drin. Hey, hey, hey. Das ist ja unser, da ist ja der Schild. Ja, also, dann mal ganz fix hoch, ne? Ach, ich muss ihn da runterrammen. Das war auch klar. Aber da ist ein Schild. Du hast den Ordonschild. Drücke ZL, um ihn zu verwenden. Er verbrennt, wenn du mit Feuer in Kontakt kommst. Ja, ist ja auch ein Holzschild, ne? Hm, sieht irgendwie billig aus. Also gut, und jetzt das Schwert. Das findest du doch bestimmt auch schnell, oder? Ich denke schon. Also, ich klären wir hier raus. Das ist... Bei wem war das noch gleich? Beim Bürgermeister. Nee, bei Bodo. Äh, was war das denn für ein Geräusch? Sind das etwa... Sind das etwa die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich da mal draußen um. Gehe lieber mal rein ins Haus. Das Schwert für den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Aber Moro, du bist doch verletzt. Er ist verletzt? Ah, ja, ja, er hat mit den Monstern gekämpft. Okay, das bedeutet für mich eigentlich gerade nur, dass das Haus, wo wir auch schon mal drin waren. Das verletzt, er ist am humpeln, das ist nicht gut. Okay, wie machen wir das da am besten? Ich glaube, ich versuche trotzdem erstmal, dass er mich nicht sieht, der Mo. Klappt das? Dass er mich nicht sieht? Ich verstecke mich hier jetzt erstmal und warte, dass der Mo hier vorbeizieht. Und dann muss ich einfach in das Haus, in dem wir schon mal waren, ganz am Anfang, und müssen uns dort reinbuddeln. Kann ich auch einfach an ihm vorbeirennen? Stimmt, aber ich will es nicht riskieren. Ich will jetzt einfach, dass er hier vorbeizieht. Wir spielen es ultra safe, ja? Weil, naja, warum soll ich was riskieren? Seriously, warum soll ich was riskieren? So, ich glaube, das ist jetzt gerade ganz gut. Zieh vorbei. Die Frau ignoriere ich jetzt mal. Mach hier einen Bogen und... Nice! Also, ich glaube, das ist ziemlich gut, was ich jetzt hier gerade geleistet habe. Und so schnell sind wir also hier drin. Und eigentlich auch safe. Also, das ist das Schwert, dass ich auf dem Sofa war immer hinterher, ne? Da ist es. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Du hast das Ordorn-Schwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. Mo. Wunderbar, damit sind unsere Wachen komplett. Wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Soll es noch einmal in den Wald gehen, in den du in diese Gestalt verwandelt worden bist. Okay. Dann werden wir das wohl machen müssen. Wohl oder übel jedenfalls mit einer. Weil so eigentlich wirklich Lust drauf, habe ich ja nicht. Äh, für unser Schild und Schwert. Gehen wir doch alles. Ich laufe jetzt einfach an dem vorbei. Der kann nicht mal. Auch reinbaue. Ich muss in den Wald. Ich habe da ein Schwert. Ich habe da ein Schild. Alles gut. Ende gut. Alles gut. Okay. Und dann müssen wir halt wieder in den Wald. von Ordon. Oder wie ist denn nochmal? Wald von Fiddis oder sowas in der Art? Irgendwie sowas, ne? Das war der eigentliche Name von dem Wald. So, und dort werden wir uns jetzt hineinbegeben. Das heißt, erstmal müssen wir ja auch noch zu der Grenze. Warte! Komm zu meiner... Quelle! Ach, da war ja was. Keine Erscheinung. Eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Oh oh. Achtung! Ein Wesen, der finstern ist. Ich spüre, dass es näher kommt. What is happening here? Da kommt erstmal wieder etwas aus einer Art der anderen Welt. Aus dieser Lego-Dimension. Ein Monster. Oh shit. Oh shit. Wir sind wohl Zeit, was er ging aus dem Battlen. In den Steinplattenkopf. Was ist das? Ja, okay. Und der geht kaputt. Mit seinen komischen Minecraft-Pixeln da und verschwinde. Auf dass du hier wegkommst. Und wir gehen kann da erstmal eine Katze ziehen. Wer hat da gerade mit uns gesprochen? Ich weiß natürlich, wer es ist. Denk dran, Leute. Denk dran. Wer könnte es sein? Es strahlt erstmal das wunderschöne Licht hier. Es ist. Es ist, es ist, es ist, ja. Ein Lichtkegel. Der sich uns jetzt gerade offenbart. Das ist wie ein Hirsch. Ja, genau. So eine Art Hirsch. Jaguar-Kombination mit Geweih. Und Schwanz. Ja, seems legit. Seems legit. Trapferer Jüngling. Ich bin Lathoan. Einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Göttin in Hyrule mit Licht erfüllen. Dieser Dämon, den du gerade niedergerogen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Wesen der Finsternis, also. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Ja. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützen, sind von den Schatten bedeckt worden. Also auch der Wald von Fironi hieß der, glaube ich. Der also auch, okay. Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Das ist gut. Überall diese schwarzen Minecraft-Pixellen. Eine Welt voller Minecraft, das will keiner haben. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die in den Schatten gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du, ich. Dir selbst ist dir wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Fironi begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und der deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Das heißt, wir müssen jetzt den Wald von Fironi von der Dunkelheit säubern. Nichts leichter als das. Aber Lathorn, ne? Genau, Lathorn hieß er. Ja, die Lichtgeister, Leute. Das ist immer, soll ich sagen, sehr schön, wenn man die Encountert hier in dem Spiel. Das sind immer sehr schöne Animationen mit vielen Lichteffekten und so weiter. Also, mir gefällt's. Wie tief ist es? Alter, das ist ja eine richtig krasse Schlucht hier. Müssen wir also echt aufpassen hier. Nicht, dass du runterfällst, ja, Brudi. Okay, okay. So, und das ist das Tor da rein. Und werden wir jetzt wieder reingezogen, oder wie sieht's aus? Ich glaube, wir werden wieder reingezogen von so einer Hand. Kann das sein? Oder muss ich da reinlaufen? Na ja, Midna. Pass aus, sie ist dir gut an. Der Wald von Fironi, so wie du ihn kennst, wurde mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Sicher. Okay, Midna kann einfach so rein. Und wir werden jetzt reingezogen über Midnas Kopfhand, oder was das ist. Hand, die aus ihrem Kopf wächst. Genau, sowas in der Art. Wald von Fironi. Eigentlich sieht der Wald halt noch gleich aus, aber sie ist halt von der Finsternis bedeckt. Und es fehlt an Licht. Puh, mit so etwas kämpft man also in deiner Welt. Ja, ich glaube, du kannst damit nicht... Eieiei, um Gottes Willen, das ist gefährlich. Ob man mit so, äh, mit so... Ne, ob ich... Ob man mit so was diese Biester wohl erledigen kann? Wirklich, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nichts für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Ja, also ich werde das definitiv verwenden können, ja? Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen, also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Und was? Was? Was sage ich dir später? Es ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist... Hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes? Der Arme, so ganz allein im Dunkeln. Oh, mach ja nur sein. Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden. Also los, nicht zerträge, wir wollen diesen Geist schließlich finden. Ja, ja, es ist ja gut mit ner. Aber was müssen wir tun, um den nicht zu befreien? Wie war das noch gleich? Wir müssen, glaube ich... Irgendwas Bestimmtes tun, ich weiß auch nicht mehr, was genau. Oh, nein. Jetzt kommt, glaube ich, erst mal wieder einer von diesen... Monstern. Ja, also diese Absprache bedeuten immer, dass man jetzt in so einer Kampfzone ist, sag ich mal. In der man dann gegen diese Biester fighten muss. So ein... Drei Stück von denen? Ernsthaft? Drei Stück von denen? Jo, drei Stück von denen. Wow. Verdammt, sie haben uns eingekreist. Aber die sollen uns bloß nicht unterschätzen. Im Grunde sind das kleine Fische. Mit denen müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Du schaust es sich ja allein. Mach sie fertig. Also, viel Spaß, man sieht sich. Ja, danke, Midna. Es ist sehr nett, dass du mich hier supportest. Muss natürlich nicht nur meine Moose wechseln. Immer nur... Ah! Button-Mashing auf A. Das ist auf Dauer langweilig. Okay, der ist weg. Der ruft wieder Verstärkung. Ne, der weckt die wieder auf. Ah ja, da war ja was. Ah. Ja, da muss man aufpassen. Da muss man eigentlich auch was Problem war, glaube ich. Man muss... Was dauert das so lange? Wenn du den Biester nur eins übrig ist, dann erweckt es die andere mit seinem Schrei wieder zum Leben. Also, ich werde dir helfen. Mach einfach nur das, was ich dir sage. Halb Begel drückt und baue ein Kraftfeld auf. Und wenn du losdest, machst du alle im Kreis auf einmal fertig. Ah, okay, sowas halt. Ja. Doch, das hat geklappt. Das war's schon. Ich muss einfach nur B gedrückt halten und da sind alle... Okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe alle drei gleichzeitig fertig gemacht. Aber wie auch immer ich das gemacht habe. Aber es hat geklappt. Okay. So, jetzt begehen wir uns weiter nach oben. Ich glaube, diese Quelle haben wir ja auch irgendwie gesehen. Ah ja, ist das der Lichtgeist? Ne, das ist doch nicht der Lichtgeist, oder? Sehen wir uns das Ganze mal an. Sei vorsichtig. Der Wald hat sich verändert. Er wurde mit Schatten überzogen, von finsteren Wolken umhüllt. Hier werden die Wesen des Lichts zu Geistern. Wesen der Finsternis und Dämonen beherrschen jetzt das Land. Ich bin ein Lichtgeist. Du bildest hier mit klarem Blick. Suche mein Licht. Fülle das Strahlen, das die Wesen der Finsternis mir rauf. In diesen Tiegel. Ah, okay. Du hältst den Tiegel des Lichts. Sammle in ihm den Strahlentau, der das Licht in die Welt zurückbringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende dein Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden, die den Strahlentau beherrschen. Den Schatten sind diese Käfer, ebenso wie Menschen unsichtbar. In meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo du die Schattenkäfer mit meinem Licht findest. Oh, okay. Das heißt, wir müssen jetzt diesen, äh... Ja, Tiegel füllen. Suche die Schattenkäfer. Die Schattenkäfer sind eine Form des Bösen. Sie klammern sich an den Strahlentau, die Essenz meines Lichts. Okay, da rechts sehen wir jetzt diesen Tiegel. Und den müssen wir jetzt füllen. Und für jeden Kinn an diesen Monstern gehen wir ein. Und dafür brauchen wir halt auch unser Gespür. Weil ohne Gespür kann man die, glaube ich, nicht entdecken. Und das hat jetzt, glaube ich, wir reichen die zu besiegen. Strahlentau, Strahlentau. Seht ihr, so langsam aber sich erfüllt sich das Ganze. Und ja, wir müssen jetzt halten, diesen kompletten Gebiet. Äh, die Käfer finden. So, da ist, glaube ich, wieder einer. Ah, jetzt hätten wir hingehören, Mogel. Ah, ich kann mich aber... Okay, okay. Ich kann da easy zurück. Wir können ja uns ja als Wolf, oder wir können als Wolf ja buddeln. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und das heißt jetzt erstmal... Äh... Ich glaube, in dem Haus ist noch einer. Das sehen wir unten links auf der Karte. Also mit einer... Hoch da. Hm, dort scheint es auch reinzugehen. Ja, ja. Dort muss ich sogar reingehen, dort Karte. Also, let's go. Die Frage ist nur, wo ist denn jetzt hier der Käfer? Hier muss ja auch einer sein. Da ist der Typ. Ich kann ihm lauschen. Was sind das denn so für Fücher? So, das habe ich ja noch nie gesehen. So, die normalen sind ja riesig wie eklig. Mir ist kaum los, ich so nahe, haut schon ab. Ach, das sind sogar zwei. So, einer ist weg. Und der andere auch. Hau rein. Ja. Ich krieg nur eins. Oh, oh, sind weg. Hm, was ist hier eigentlich los? Ich weiß auch nicht, Bro. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Strahlentau. Das passt. Und ich kann jetzt hier erstmal in Ruhe raus. So, was fehlt jetzt noch? Eins, zwei? Ich glaube, sechs Stück fehlen noch, ne? Sechs Strahlentau. Ja, ja, sechs Stück müssen noch fehlen. So, und die befinden sich teilweise jetzt in den anderen Zonen hier. Haha. Süß, ich bin mit, als ich da erstmal wegbaut und jetzt wahrscheinlich wieder draufkommt. Ja, ja, ja. Ah, da ist der letzte. Nicht letzte, der nächste. So, das ist Nummer fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück fehlen noch. Okay. Das heißt, wir sind jetzt hier erstmal fertig in dem Gebiet. Wir müssten jetzt hier so schnell wie möglich raus. Ich habe nämlich gar keine Lust, so viel Zeit hier zu verlieren in den Rühle hier. Das ist lustig. Ich durchziehe mit dem Sprint, dann... Aha! Oder... Ho, ho! Wippt die gute alte Midna hier auf. So, und... Ah! Jetzt ist hier Gift. Das ist nicht gut. Gift ist natürlich nie gut. Wissen wir auch in Pokémon, ne? Vergiftete Pokémon. Das ist, äh, nicht nixi-gooty. So, da ist einer von denen. Ich muss wahrscheinlich einfach nur dagegen sprinten und der kommt jetzt hier runter. Ey, mein Intelligenz-Koßent so gut, ja. Mein Intelligenz-Koßent richtig gut. No chance for the enemies. Das Ding ist... Ich muss da ja wahrscheinlich rein, ne? Ne, muss ich nicht. Ähm, okay, wie klappt das dann? Wie muss... Habe ich da was falsch gemacht? Dachte ich's mir doch. Scheint, dass wir hier nicht so einfach durchkommen. Also, was sollen wir tun? Erstmal schaue ich mich hier um. Was sollen wir tun? Was kann ich tun? Äh... Was sagst du? Äh, hast du denn so vor... Du kannst doch nicht mitten durch den Nebel laufen? Kannst du den Nebel nicht... Ne. Kannst du denn den Nebel nicht umgehen? Sieht nicht so gut aus. Umgehen? Hier? Oder wie? Was klappt? Sieh mal, da drüben geht's weiter! Und wie? Ah! Oh, okay, I see. Ach so! Und jetzt kommen wir, glaube ich, auch über diese Pfeiler darüber. Oh, man! Dafür waren die da, dass ich dann hier in diesen safen Bereich reinkomme. Oh, ich fühle mich gerade so blöd! Oh, rein! Die machen wir auch noch kaputt. Ich mach's kaputt, Junge! Da fehlen noch... Vier. Und wo die Vier sind, ist eigentlich relativ einfach. Zack, 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 zack. Oh, das war blöd! Muss ich jetzt ganz nach vorne anfangen? Hey, ich hab doch nur einmal so viel auf Sprint gedrückt, ja? Ne, muss ich nicht. Das ist gut. Äh, aber... 1, 2, die ignorieren wir. Generell, die ignorieren wir alle. Nein, das geht natürlich. Ja, das klappt sogar. Haha, ich kann die echt ignorieren. Aber mittlerweile kommt es auch auf Timing an. 3, 3, 4... Oh, und wir sind safe. Perfekt! Ei, 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 einmal nur durch den kompletten Nebel. Und wo sind die jetzt? Ach, ich muss wühlen, bis hier rauskommen. Ha! Found you! Oh, ich würde jetzt Albert Wesker sagen. Oh, und der ist jetzt auch weg. Okay, fehlen hier noch die letzten beiden. Und an die kommen wir auch easygoing dran. Finden sich wahrscheinlich irgendwo am Ende vom Wald. Ah, hier sind noch welche von denen. Oh, das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Was auch immer hier passiert ist. Ich muss ja wahrscheinlich wieder meine komische Combo da machen. Ach, das klappt sogar, wenn die einfach nur volle KP haben, sag ich mal. Oder volle Leben. Dann können wir die auch mit einer einzigen Combo schon aus dem Spiel nehmen. Na, wenn es sonst nichts weiter ist. So, wie war das jetzt? Ich glaube, damit sieht verdächtig aus. Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, an dieser Stelle beende ich den Part schon mal. Weil es sieht so aus, dass es noch ein bisschen länger dauern wird. Wenn wir erstmal alles eingesammelt haben. Und dann werden wir zu Anfang der nächsten Episode das Taub, den Strahlen taub, vervollständigen. Und ich sage einfach mal, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheiden. Daumen nach oben ist gerne gesehen. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Bleibt schon fruchtig. Und ciao. Euer Regen. Euer Regen.